Scheiße, fuck! Leck mir die Eier! Leck mir die Eier! Leck mir die Putze! Mann, ich muss den Streamer ausmachen, hallo! WeefBot! Was denn jetzt? Ende? Och! Hallo ey, wir hatten ein halber Meter gefehlt, ey! Hä, was denn jetzt? Hä, wieso macht er noch mal ein Fenster offen? Oh Gott, ich muss gleichzeitig spielen und gleichzeitig... Nein! Oh, irgendwann! Das gilt nicht! Ja, ich muss... Oh, Palle! Ich bin doch grad hier! Oh, das ist so... Ich kann auch nicht! Jetzt nehmen sie mir mein ganzes Leben weg! Oh, wartet ab! Jetzt bin ich wieder am Ball! Oh, wartet ab! Ja... So, ne... Er ist ja noch übrig! Ah, okay! Verstehe! Nein! Mmhm! Nein! 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 Reiß ihn aus dem Leben, ey! Ohne Scheiß! Reiß ihn aus dem Leben! das schaffst du mal kurz im pc bis gleich das genau mein spielmodus ich weiß schon wie es heißt den ist wenn wir privat mal gta spielen den spielmodus spiel ich mit dir nie mehr doch nur noch wenn du einen druck klug 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 klüßchen ja kappel bonnet ja und soll schreiben wie sie wie sie genau wie sie gehören um und breiten was geht er weiter auch alt durch die weiter ich habe gesagt und das ist nicht gut das nicht gut so los geht's und den und sind die z denn wenn die z jauh wer kommt hin ich springe drüber und bleibt noch mehr hinterher bei der Linie hängen super da nö 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 an der zweite Ball springe ich genau in die Linie rein unfassbar 8 hat er ein glück ich war noch ruhig war nö wieso wollte ich gerade neu gestartet bin super nö 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 weil es nicht 8 erster reichert alle von den Runden habe ich nicht gesehen vergiss mal die Mots das auch das ob es ist wenn ich angezeigt ach so plötzlich wenn ich angezeigt habe und das ein paar Läge Guck mal hier Ah tschüss Das war in der Linie verschwindet aber auch nicht, da konnte ich fahren wie ich wollte So war Die ein Schweiner ist ja unsichtbar war, es kann nie mitziehen konnte Ach was? Null Egal Auf zu sonn War es kein Grund zu sonn Boah! Oh! Da springst Verdammt! 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 Doch! Oh! Nein doch! Diese Genugtun, weißt du? Oh, Zeitlupe! Oh, wer wird erwischt? Wer wird erwischt? Oh, oh, oh! Nein! Guck mal hier, was ich für euch habe! Guck mal, hallo! Nein! Ja! Natürlich! Du bist in die Linie reingesprüht! Ja! 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 Palle, ey! Ich habe gedacht, du bist jetzt weg, ey! Da kann man nicht! Ja! 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 ich habe so ein bisschen das gefühl ich werde verfolgt auch nur ein bisschen aber nur ein bisschen ja ich hätte einer der fährt einer Schlangenlinien enkkeulie j họuga scheiße im 04 weil ich gerade so Arena links geguckt haben AhND oder andere wobei wie Harden sind ich habe dass er sich Palle zerstört. Verdammt, ey. Fährt er mir da direkt vor die Nase. Wer hat denn die ganzen Perks hier wieder weggenommen? Wer hat die Zeitlupen-Perk? Wer hat den? Ich würde den auch gerne auch mal ausprobieren. Na, wer hat den? Ja, du bist ein Grün, hä? Oh, nein! In der letzten Sekunde mit seinem letzten Schweif, ey, gewischt er mich noch, ey. Alter, verdammt, ey. Habe ich noch nicht gelassen. Boah, war knapp. Ja! Ja! Das kannst du dir abschminken. Das kannst du ja von deiner To-Do-Liste kannst das streichen. So. In Flexis Schweif gefahren. So. Oh, das ist immerhin an der Wand. Kennen wir den Trick. Kennen wir den Trick. Nee, ich denke mir die falsche Richtung. Ist klar. Ich bin mir zum Zuschauen, verdammt. Ja, nicht nur du. Los, Sascha. Sascha. Nein, was? Aber beide gleichzeitig. Jawohl, läuft. Palle. 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 Komm, sag mal was. Nur wir beide. Komm. Nur beide. Nur du und ich. Du weißt, was es heißt. Aber da dauert ja noch etwas. Er will an der Wand fahren. Du oder ich. Äh, nur ich. Oh, hast du ein Glück. Hallo. Fahr in meinem Lichtstrahl. Dann ist es vorbei. Nö. Na komm. Oh. Oh. Nicht keiner traut, in der Nähe von dem anderen zu kommen. Ihr habt noch zweieinhalb Minuten. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich kann nicht nissen. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Mann, ich will das einsammeln. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Mann. Oh, oh. Oh. Ich weiß. Ja, das ist ein Gefühl. Ich wollte tümpfen. Ah, verdammt. Ich bin auch gesprungen. Was? Aber ja, aber nein, aber ja. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Schnell, bitte, bitte, schnell. Steht jetzt. Oh, 1, 4. Dampft doch wer ins Mikro. Ja, das ist Jerome mit seiner E-Zigarette wahrscheinlich. Und das ist aber unabsichtlich. Nein, nein, nein. Glück gehabt. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil da bin ich schon mal explodiert. Oh. Komm, Balle. Jetzt ist es vorbei. Prost, Sascha. Ja, Stösschen. Hat er ein Schwein einfach. Das ist unfassbar. Oh, du hast den Dreh jetzt auch schon groß, ne? Ja, ja. Ja, ich bin, ich spiel viel mit Karte. Damit ich ungefähr weiß, wie die kommen. Also, wie die Gegner kommen. Weil ich guck mir viel auf Karte und zwischendurch dann halt nach oben. Weil die Arena ist eigentlich simpel. Ja. Nein, 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 nein. Faxen. Ich dachte, ich springe drüber. In dem Modus müssen es noch, was? Schussmöglichkeiten geben. Also, aka Mario Kart. Ah, nee. Dann wäre es zu leicht. Nee, dann würden sie ja nur alle rumballern. Das ist doof. Das ist schon ganz cool so. Gut, Sascha hat gewonnen. Yeah, wuhu. Außer, es passiert noch irgendwas. Aber ich glaube ja nicht. Eine, zwei Sekunden, zwei Tode. Da ist er. Yeah, wuhu. Wuhu. Alter, 34 Zuschauer, ey. Zum Wohle. Oh, ich kriege es aber auch viel EP, ne? Ich bin jetzt schon mal der Level. Wenn die winnen. Wenn die winnen, ja. Krass, mach ich nur. Ich hab nur. Kubus, Eisvogel, Lexien, Popokop und so was drin. Ja, aber die Zuschauerzahl hat aber, äh, hat aber vorhin geschwankt wieder zwischendurch. Da war es auch 24, jetzt wieder auch 34. Also muss schon was dran sein. Ist es für den Lockerwein. Ich weiß nicht, wie das Patrick da ist. Patrick, hallo, willkommen zu Let's Play Live schon zur Folge 300. Die Jubiläumsfolge. Ja, wup, wup. Wup, wup. Kein Erfolg, wup, wup. Nein, wollte ich gar nicht wählen. Ich wollte, keine Ahnung, das hier, mach mal das hier. Was ist das? Drei. Könnt ihr mal entscheiden. Letzte Runde für mich, danach, okay, dann erstmal, der muss noch tausendmal sterben gehen. So ein Schussperk vielleicht, was aber nur per, äh, achso, per Sekunde hält. Achso, nur für eine Sekunde hält. Achso, wahrscheinlich so Raketen, meinst du, die man einsammeln kann, so wie Dinger. Ja, so irgendwie so, 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 so ein MG, was dann irgendwie so abläuft, so für, für zehn Sekunden oder sowas. Vielleicht, ja, aber ansonsten, so ist das schon ganz cool, so wie das ist. Aber das geht nur mit vier Mann, okay. Naja, dann. Oh, warte mal, ich dampf auch nochmal eine Runde. Ich hier doch mal noch, dann tausend Tode sterben. So, weiter geht's. Möhm, 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 bevor viele fragen, weil ich hab ja mit Rauchen aufgehört. Nein, es ist ohne Nikotin. Alter, was ist das empfindet? Oh Gott, das wird fürchterlich. Das, oh Gott, das wird fürchterlich. Das weiß ich jetzt schon. Das wird definitiv... Boah, das wird definitiv fürchterlich. Oh Gott, wie weit kann man denn... Oh Gott, da muss man erstmal gucken, ey. Weil da ist nicht viel Möglichkeiten bei der Arena. Ja. Oh, shit. Tschüss. Wo sind die ganzen Perks hier? Nein! Das ist ja auch echt nicht für Möglichkeiten. Nee. Wieso? Oh fuck, da sammelt einer mit dem Perk weg. Ey, wer hat denn den Perk mir weggenommen gerade? Wer ist denn das mit dem Lilla-Ling-Hingen da, du? Du sechst... 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 Oh fuck, das war ein Fehler. Doch nicht. Nein! Ja, doch. Wow. Boah, das sah so vom Weiten aus. Ja, ich hab aber noch Nitro genommen. Oh, schon was rüberspringen, ey. Verdammt. Ich hab wieder einen Tick zu spät gesprungen. Nein! 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 Was denn? Wolltest du was sagen? Ich drück immer zu spät, Nitro. Der war gut. Der war gut. Sascha... Sascha müsste langsam mal nebenvollziehen. Der hat noch alle Zähne. Tschüss! Der war gut. Nein, das ist hier mein... Genau an der... An der Kante. Der war gut. Den muss ich mir merken. Schön geradeaus rausfahren aus der Dings, aus der Arena. Ja... Der ist... Der ist... Den kann man mal bringen. Ja, ne, nicht wirklich. Nein! Ich kann aber mit der Kurve nicht mehr rum, das war alles. No. Ja, Sven. Ja, Sven. Genau, schön im Kreiselfahren. Juhu! Nein! Der ist für mein fürchter Selbstmord. Tschüss! Tschüss, Balle! Nööööööööööööööööööööööö! Das ist gut.